Ihr Lieben, willkommen zurück in meiner Lesewoche. Letzte Woche gab es ja keine. Ich behandle dementsprechend meine Leseabenteuer der letzten zwei Wochen vom 2.12. bis zum 15.12. Und da ist allerhand passiert, allerdings hauptsächlich in der zweiten Woche. Ich habe in der ersten Woche, glaube ich, ich habe die letzten anderthalb Wochen überhaupt keine Videos gedreht. Mir ging es vor zwei Wochen bzw. vor anderthalb Wochen nicht so gut. Und ja, Punkt. Ich habe keine Videos gedreht, ich habe wenig gelesen und hatte dann hin und her überlegt. Und ich denke mir, wow, ihr seid mir, glaube ich, überhaupt nicht böse, wenn ich mal zwei Leserwochen zusammenfasse. Und da bin ich nun. Ich habe in den zwei Wochen vier Bücher komplett gelesen, eins abgebrochen und zwei weitere angefangen. Ja, es war bombastisch dann am Ende. Hat aber auch was mit meinem Weihnachtsgeschenk zu tun. Ja, es ist noch nicht Weihnachten. Ich hatte eine Weihnachtsfeier und habe dort von meinen Freunden schon mal Bescherung gemacht. Fangen wir aber erstmal an. Das Buch, was ich sozusagen in der ersten Woche komplett gelesen und gesuchtet habe, ist die Verbindung. Du kannst niemandem trauen. Es hat 444 Seiten. Und die ersten vier Fünfte des Buches fand ich so spannend, dass ich das Buch nahezu in einem Stück gesuchtet habe. Das ging auch recht flott, weil auf den Seiten tatsächlich nicht so viel Text ist, wie man das von einem Taschenbuch gewöhnt ist. Es ist ein Thriller, der mich lange irritiert hat und zum Schluss noch mehr, aber aus anderen Gründen. Es gibt um Mailen und sie kommt neu an das College und dort tritt sie in Verbindung mit einigen anderen durchaus angesagten Schülern bzw. Studenten und freundet sich mit diesen an. Das Buch ist aus drei Zeitebenen erzählt. Einmal die Gegenwart, in der etwas Schlimmes passiert ist. Das kommt gleich am Anfang oder man weiß, dass etwas Schlimmes passiert, aber man weiß nicht was. Dann quasi eine Vergangenheit, also dass die Gegenwart ist, quasi am Ende ihrer College-Zeit. Dann die Vergangenheit, wo sie gerade ans College kommt und quasi der Leser nach und nach erfährt, wie sie Mailen mit den Leuten Freundschaft schließt. Und dann nochmal in der Vergangenheit, nämlich in Mailens Kindheit, da ist etwas ganz Schreckliches passiert. Und man merkt hauptsächlich in der Gegenwart, dass mit Mailen etwas nicht stimmt. So, sie hatte etwas Psychopathisches an sich. Das liegt daran, was ihr in der Kindheit passiert ist, was der Leser nach und nach so ein bisschen austüftet. Das kann man sich auch schon denken. Und was man aber nicht weiß, ist, was jetzt quasi in der Gegenwart passiert. Und man ist also in der Gegenwart und nach und nach wird das so ein bisschen rückwärts auch erzählt. Sodass quasi die Gegenwart und die erste Vergangenheit, wo sie anfängt, die nähern sich so langsam an. Und dann geht es irgendwann wieder vorwärts. Also dann nähert man sich wieder dem Ereignis, was hier in dem allerersten Kapitel beschrieben wird. Gut gemacht. Ich habe viel gerätselt, wer stirbt, warum. Es haben sich mehrere menschliche Abgründe aufgetan. Aber ich war dann am Ende enttäuscht, weil das Ende war irgendwie so... Also man hat so viel Spannung aufgebaut und dann ging das so... Falls es jemand kennt, ich wäre super gespannt, welche Erfahrungen ihr mit dem Buch gemacht habt. Es war echt... Ich tue mich schwer damit, das überhaupt zu bewerten, weil es so lange so spannend war und ich so hingefiebert habe. Und auch mit der Protagonistin super klargekommen bin. Es gibt auch viele Rezensionen, die sagen, ach nee, ich fand es super, aber der Schluss war dann so... Und nun... Genau, und dann hatte ich in der ersten Lesewoche noch etwa die Hälfte, ich glaube die ersten 5 Abschnitte von den Illuminae-Akten gelesen. Unser gemeinsames Leserundenbuch für den Dezember. Das wäre jetzt der Cut. Wow, das ist sozusagen in der ersten Lesewoche passiert. Ich habe in der ersten Lesewoche Thema Schreiben, ich glaube 250 Wörter geschrieben. Und letzte Woche habe ich 150 Wörter geschrieben. Ich stecke immer noch im 11. Kapitel von meinem Kinderbuch. Ich habe mich damit jetzt aber ein bisschen angefreundet, weil jetzt in der Vorweihnachtszeit... A, finden die Weihnachtsfeiern statt. B, ich habe zwar schon alle Geschenke, aber die müssen natürlich auch alle hübsch eingetütet und dann entsprechend übergeben werden zu unterschiedlichen Feuerlichkeiten. Und C, bei uns sind so viele Kollegen krank, dass ich eine Vertretungsstunde nach der anderen habe. Und man könnte sogar noch sagen D... Ich habe hier noch irgendwie fünf Klassenarbeiten liegen gefühlt. Also nach der Arbeit ist vor der Arbeit, weil wir haben ja Berufsschule mit drei Lehrjahren und alle zwei Wochen kriege ich quasi neue Schüler. Und dadurch schreibe ich alle zwei Wochen so ein Stapel arbeiten und irgendwie... Es ist gerade alles ein bisschen viel... Deswegen ging das... Also schreibtechnisch ging die letzten zwei Wochen quasi nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Es sind ja bald Ferien und ich hoffe, dann ist ganz viel Zeit. Ja, das war es sozusagen von der ersten Lesewoche. Und der zweiten Lesewoche habe ich das Büchlein am Freitag auch beendet. Ich glaube, ein bisschen hinkte ich der Leserunde hinterher. Aber da war ich nicht die Einzige. Ein ultra cooles Buch. Und ich möchte auch nächstes Jahr mit euch, wer noch dabei sein möchte, den zweiten Band lesen. Ich glaube, im Februar habe ich jetzt angedacht. Und ja, sehr cool. Es geht hier um Cady und Ezra, die quasi angegriffen werden. Die sind auf so einer Raumstation, nee, Planeten, auf so einer Art Mini-Planeten oder so, auf so einem Stückchen Felsen im All. Und werden angegriffen. Und es kommen ihnen Schiffe zu Hilfe. Und zwar drei Stück. Und die werden sozusagen abtransportiert nach diesem Kampf. Und Cady und Ezra, die haben gerade Schluss gemacht auf diesem Stückchen, auf dem Felsen quasi. Dort, wo sie aufgewachsen sind im Weltall. Und sind aber auf unterschiedlichen Schiffen. Und das Buch ist richtig cool erzählt, weil es ist quasi keine normale Romanerzählung. Sondern der Roman findet statt in E-Mails, die sie sich schreiben, in Chat-Verläufen, in Akten von anderen Schiffen über Vorgänge, die dort stattfinden. Und es gibt auch noch eine künstliche Intelligenz auf der Alexander. Also auf einem der Schiffe auf dem großen Kampfschiff. Und die denkt. Und man hat sozusagen auch noch die Protokolle von den Gedanken der künstlichen Intelligenz sehr cool aufgebaut. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und wie die zwei wieder miteinander in Kontakt treten. Und da findet natürlich, also die werden auch verfolgt von einem anderen Schiff. Der Kampf ist quasi noch nicht zu Ende und müssen fliehen. Und dann gab es auch noch ein Kampfschiff bei diesem ursprünglichen Einsatz. Weswegen es Infizierte gibt und ein Virus sich ausbreitet. Und ich hatte ganz viel Spaß. Also ein super cooles Buch. Da bin ich total schade, dass es sozusagen schon vorbei ist. Also das war glaube ich mein Lese-Highlight aus den zwei Lesewochen. Kann man schon so sagen. Ja. Achso, ein Buch habe ich abgebrochen. Hatte ich das überhaupt erzählt? Reden wir am Ende drüber. Genau. Dann habe ich sozusagen noch angefangen. Ich mache ja bei Was liest du in der Leserunde zur Knochendiebin mit. Da muss ich auch langsam hinemachen, weil entweder am 17. oder am 19. endet diese. Und ich habe die ersten zwei Abschnitte gelesen. Hier bin ich jetzt. Die haben immer so 130, 140 Seiten. Ich bin jetzt auf Seite 271. Und ich weiß, dieses Büchlein wird total gehypt. Aber ich bin tatsächlich geteilter Meinung. So. Das liegt daran, dass die Story zwar cool ist, aber die Fantasy-Welt, die die Autorin entwirft, ist total bruchstückhaft und unatmosphärisch, weil sie einfach wahnsinnig viele Fantasy-Elemente in ihre Waagschale dort geworfen hat oder in ihre Rührschüssel. Und da fehlt an manchen Ecken und Enden was. Finde ich total schade. Näheres dazu erzähle ich euch nächste Woche, wenn ich fertig bin, denke ich. Ich will mit den angefangenen Büchern mal jetzt noch nicht ganz so viel Zeit verbringen. Das Endergebnis teile ich euch mal dann mit, wenn ich sozusagen fertig bin. Es ist also auf der einen Seite macht es Spaß, aber auf der anderen Seite macht mich das Buch äußerst unzufrieden. Und ein weiteres Buch, was ich angefangen habe, ist City of Ghosts. Das habe ich beim Blogger-Portal angefragt. Da bin ich jetzt auf Seite 94. Das habe ich bis jetzt gelesen. Und das macht ultra viel Spaß. Wir haben die junge Dame, die hatte mal einen Unfall und ist fast ertrunken und kann seitdem Geister sehen. Und das ist total witzig, weil ihre Eltern schreiben Bücher über paranormale Fähigkeiten und kriegen demnächst auch eine eigene Serie, weswegen sie sozusagen nach Schottland fliegen. Und sie selbst können aber gar keine Geister sehen und wissen auch gar nicht, dass sie welche sehen kann. Und ja, das ist ein sehr schönes Situationscomic. Macht ultra viel Spaß. Und die Cassidy, die hat auch einen besten Freund und der ist ja eben ein Geist, beziehungsweise der Geist, der sie damals gerettet hat, als sie fast gestorben wäre. Und er hat Angst vor anderen Geistern. So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall cool. Macht mir sehr viel Spaß. Näheres dazu dann auch nächste Woche, wenn ich durch bin. So, und dann habe ich noch zwei Bücher gestern zum Sonntag komplett gelesen. Das liegt daran, dass ich sie am Samstag zu unserer Bescherung mit meinen Freunden bekommen habe. Und zwar zwei Kinderbücher von Marc-Uwe Kling. Einmal, als die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Das hatte ich ja schon mal als Hörbuch gehört. Und das neue Büchlein, das Neinhorn. Und die habe ich gestern einfach verschlungen. Haben beide sehr viel Spaß gemacht. Hier hat die Oma das Internet kaputt gemacht. Total cool. Vor allem, was da passiert in der Familie. Und das Neinhorn, das ist ein Einhorn, was immer Nein sagt. Und was durch die Gegend läuft und sehr coole Freunde kennenlernen. Zum Beispiel der Wasbär, der immer Was sagt. Oder der Nahhund, der immer Nahund sagt. Und das Neinhorn, was immer Nein sagt. Also wirklich sehr süß. Was mir allerdings nicht gefällt an den Büchern, sind die Zeichnungen. Denn ich finde, dass die, ähm, die, ähm, die Illustratorin, ich finde die nicht schön. Punkt. Ja, ich habe überlegt, ob ich euch, welches Bild ich euch zeigen könnte. Äh, zum Beispiel hier die Einhörner. Also das ist halt so richtig, so richtig, ich weiß nicht. Also, mir gefallen die Zeichnungen nicht mehr. Punkt. Haben beide sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir noch zu dem Buch, was ich abgebrochen habe. Ich folge ja seit anderthalb Monaten oder so, wie eine verrückte Kate Stark. Sie hat einen, ähm, YouTube-Kanal und, ähm, möchte Autorin werden, beziehungsweise ist schon Autorin. Sie hat zwei Self-Publishing-Bücher rausgebracht. Und, äh, im Februar kommt ein Buch von ihr im, vom, beim Fischer Verlag raus. Und die macht so Videos über das Schreiben. Und ich fand das total interessant, weil ich auch gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben. Und mich zu organisieren. Und, ähm, ja, war also mega gespannt auf, äh, ihre selbst veröffentlichten Bücher. Und ich habe das erste Buch, ähm, kostenlos bekommen bei Amazon, weil sie das, ich glaube, die erste Woche so zur Aktion, ähm, für eine Euro hochgeladen hatte. Wayward Witches. Und es ist aber total schlecht. Das Buch ist total schlecht. Und, ähm, ja, was ich sehr schade finde. Also, äh, wenn man einer Person die ganze Zeit so folgt, wie sie schreibt und bloppetet und so voller Ede. Plan ist. Und ich mag die auch. Und dieses Buch ist aber einfach so schlecht geschrieben. Das ist unfassbar. Ähm, es geht um Isa. Und sie wächst in einer Familie auf, wo, ähm, die alle magiebegabt sind. Und ihre Mutter macht quasi so Hellsehen, Wahrsagen. Und Isa muss da quasi auch mit bei der High Society. Und, ähm, ja, und, äh, dort liest sie halt quasi etwas Schlimmes und sagt das auch voraus. Und, äh, zwar einem, äh, beknackten Mädel. Und, ähm, am selben Tag passiert noch etwas Schlimmes. Also, Isa wird, äh, verletzt, ähm, psychisch, weil sie etwas, äh, weil die blöde Ische quasi die High Society Bitch, äh, einen Plan hat. Und, ähm, ja, und daraufhin brechen irgendwelche Kräfte aus ihr aus. Und sie, äh, bringt die quasi fast um und ist dann zu Hause und bringt fast ihren Bruder um. Und, äh, wie es weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht, weil, ach, dieses Buch ist so schlecht geschrieben. Es ist unfassbar. Es ist so viel Tell und so wenig Show. Also, immer nur, man hat Isas Gedanken. Man hat so wenig Handlung und so wenig Dialoge. Sie steht immer nur rum und möchte immer antworten von ihren Eltern. Und ihre Eltern sagen ja immer nicht das. Also, ich verstehe schon, warum Kate das gemacht hat. Und irgendwie die Spannung und was ist nun mit ihr. Aber es kann doch nicht sein, dass sie fast ihren Bruder umbringt. Und dann sitzt sie mit ihren Eltern stundenlang auf der Couch und regt sich auf. Und ihre Kräfte brechen sich wie der Bahn. Und sie zerstört fast das ganze Haus. Und die Eltern sitzen immer noch da. Sollen wir es ihr nun sagen oder nicht? Das passiert so nicht. Also, das passiert so einfach nicht. Oder, oder, alles in diesem Buch, alle sind so passiv. Ja, die Issa rennt einfach immer nur rum und ist unzufrieden, dass sie keiner versteht und dass ihr keiner was sagt. Und, ähm, ja, aber das ist halt quasi keine Handlung. Also, das ist keine Romanhandlung. Und seitenweise saß sie jetzt, also ich habe quasi bei dem Couchgespräch abgebrochen, seitenweise sitzt sie dort mit ihrer, ne, kapitelweise sitzt sie mit ihren Eltern auf der Couch und regt sich auf, dass ihr keiner was sagt und zerstört fast das Haus. Und ich denke mir, was ist das, das ist doch keine Handlung. Und immer wieder Wiederholungen am Anfang, kapitelweise. Meine Eltern sagen mir nichts. Mein Vater arbeitet in dem Institut. Das ominose Institut. Ich weiß nicht, was in dem Institut ist. Warum sagt mir keiner, was in dem Institut ist? Immer und immer wieder. Und was mich am meisten stört, also ich schreibe ja auch gerade ein Buch. Und das ist auch nicht perfekt. Ja, also darum geht es gar nicht. Aber Kate sagt auch, dass sie ganz tolle Beta-Leser hat. Und ich denke mir, was haben die Beta-Leser hier gemacht? Ich meine, dieses Buch ist online. Dieses Buch gibt es jetzt als Taschenbuch. Und es ist einfach fürchterlich. Es hat keine Handlung. Es hat ständig Wiederholungen. Es hat eine Protagonistin, die nur denkt und kaum etwas tut. Das ist keine Geschichte, die man verkaufen kann. Also, ich weiß, ich klinge jetzt, also, ach, so. Und was haben die Beta-Leser dann gemacht? Also, selbst wenn sie die Handlung okay finden, die ich halt nicht okay finde. Also, ich finde, das ist keine Handlung und schon gar nicht für ein ganzes Buch. Das zieht sich übelst und es passiert nichts. Aber gut. Die ganzen Wiederholungen, die dort stattfinden. Die ganzen Wiederholungen. Oder die Protagonisten. Die werden alle kurz vorgestellt, weil Isa denkt über ihren Bruder nach und sie denkt über ihren Vater nach und sie denkt über ihre Mutter nach. Aber die handeln kaum. Und ich meine, Kate macht Videos über Show Don't Tell. Die macht Videos darüber, wie man Bücher schreibt. Aber warum tellt sie nur? Warum erzählt sie nur? Alle werden vorgestellt aus Isas Sicht. Warum dürfen die nicht handeln? Warum dürfen die Menschen in ihrem Buch nicht einfach ihr Leben leben? Sondern die stehen alle quasi passiv rum und keiner redet. Und das Mädel zerstört bald die ganze Nachbarschaft und es sagt immer noch keiner was zu ihr. Und ich weiß nicht, warum. Also, ich finde das Buch so schrecklich. Ich kann das nicht immer bewerten. Also, ich kann es nicht. Es ist einfach so schlimm. Und jetzt hat Kate so ein Video hochgeladen, dass es jetzt als Print verfügbar ist. Und ich denke mir bloß, oh mein Gott. So, ich bin trotzdem gespannt und ich hoffe, sie verbessert ihr Schreiben. Und ich bin auch gespannt über ihr Fischer-Buch. Weil es macht einfach so Spaß, ihr zuzugucken, wie sie sozusagen ihr Traum als Schriftstellerin verwirklicht. Aber es ist halt einfach, dieses Buch ist so schlecht. Damit beende ich jetzt meine Lesewoche. Und ja, meldet euch bitte gerne, falls ihr eins der Bücher oder mehrere auch gelesen habt und wie ihr sie findet. Ich bin auch mega gespannt auf eure Meinung zur Knochen-Dibin. Ob ihr sie ebenfalls hypt oder ob ihr auch nicht 100% zufrieden seid. Da tausche ich mich gerne mit euch aus. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit dieser Lesewoche. Nächste Woche kommt wieder normal eine online. Genau, kurz nach Weihnachten. Ich glaube am 26. zum Feiertag. Da habt ihr vielleicht noch was zu gucken, falls ihr Lust drauf habt. Ich wünsche euch eine schöne Nach-Weihnachts-Zeit und hoffentlich eine sehr stressfreie Vor-Silvester-Rutsch-Zeit. Oh mein Gott, ich rede Unsinn. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, ich rede Unsinn. Laufs. nope.